Am Himmel wird es dunkel, bei uns dafür extra hell. Dein Sportwochenende auf deinem Hauptstadt-Sender. Die Sonnenbrillen sollten gleich aufgelassen werden, denn unser Wochenende wird gewohnt bunt, explosiv und diesmal auch sehr kämpferisch. Gleich zweimal heißt es bei uns Mann gegen Mann und jetzt aufgepasst. Denn am Samstag machen die Sumo-Ringer den Anfang richtig gehört. Die japanische Kampfkunst das erste Mal bei uns im Programm. Am Tag darauf geht der Fight in die zweite Runde, da wird der Berliner Meister im Juju zugesucht. Auch die Wasserfreunde Spandau ziehen wieder in den Ring. Das Schwergewicht aus der Hauptstadt trifft auf das Fliegengewicht Cannstatt. Doch Achtung, auch Bienen können stechen. Nicht ganz so kämpferisch dafür, genauso spektakulär geht es im Sportforum zur Sache. Dort turnen die Jungs und Mädels die Berliner Meister im Geräte-Turnen aus. Und zum Schluss noch was für die ganz Kleinen. Beim 17. Hallen-Kids-Cup des SC Tegeler Forsten wuseln die Sportler von morgen durch die Rudolf-Habich-Halle. Mit Kampfeleganz und der Extra-Portion guter Laune geht es ins bunte Sportwochenende. Auf deinem Hauptstadt-Sender hauptstadsport.tv klick rein. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein.